Ich freue mich, dass ihr da seid. Für mich das erste Mal auf der FrostCon. Der Vortrag geht auch über ein Tool, was für die meisten neu sein dürfte. Hat das schon mal jemand irgendwo gesehen oder gehört? Jawohl, jawohl, cool, freut mich. Okay, super. Für alle anderen, ich werde ein bisschen Einführung machen. Da werdet ihr viele Sachen von kennen. Es geht so in Richtung Config-Management-Geschichte, aber ich habe meinen Grund und ich habe auch ein paar Sachen mit reingebaut, die vielleicht nicht jeder weiß. Danach werden wir relativ schnell in Richtung Demo gehen. Also ich habe viel zu viele Tage dafür aufgewendet, die Demo schön aufzubauen. Das hat seinen Grund. Es ist ein visuelles Tool und ich glaube einfach, es ist am besten, wenn ich euch wirklich zeige, wie man damit arbeitet. Dann kann jeder so ein bisschen was mitnehmen. Egal, ob ihr dann auch andere Tools einsetzt. Es könnte trotzdem für euch interessant sein, wie das hier gelöst ist. Okay. Kurze Vorstellung. Ich mache Unix-Consulting. Ich war ganz lange einfach Sys-Admin in verschiedenen Unternehmen Umgebungen, die relativ kritisch waren, die oft dann noch von Hand gestreichelt wurden eigentlich, anstatt viel zu automatisieren. Und dann habe ich Monitoring gemacht und auch ein bisschen Embedded-Systeme oder Industrieanlagen Richtung, kann man drehen, wie man will, Schulungen gehalten und jetzt schaue ich eigentlich, dass ich wirklich den Troubleshooting-Fokus mache. Und mir ist dabei egal, ob jetzt nur, keine Ahnung, das Ubuntu-Update nicht klappt oder ich dann dabei feststelle, dass die Leute halt auch keine Backups machen. Ich versuche eigentlich, naja, wenn ich rausgehe, dafür gesorgt zu haben, dass die wirklich wissen, was sie tun und warum sie es tun. Also auch ein bisschen Prozesse etablieren. Ich bin unglaublich zickig, wenn es um Portabilität geht. Das kommt davon, dass ich irgendwann mal mit Linux angefangen habe, zwei, drei gespielt habe, dann hat mir jemand FreeBSD in die Hand gedrückt. Dabei bin ich eigentlich immer geblieben. Aber kommerziell habe ich dann halt auch noch mit Red Hat gearbeitet, mit Irix, ganz lange mit HPOX, Zeug portiert und, naja, es geht nicht nur um die Portabilität an sich. Es geht darum, das ist eine gute Frage, das ist peinlich. Nein, nein, also ich nutze auch Debian schon, ja. Meine langlebigste VM war ein Debian 3, das dann bis zum Sechser, glaube ich, mitgewandert ist. Ja, es fehlt. Mach mal einfach weiter. Es gibt ein paar Open-Source-Projekte, wo ich eigentlich wirklich gerne mitgemacht habe oder tue, was ich kann. Das kann jetzt sein Support, Übersetzungen oder auch wirklich mitentwickeln. FreeBSD, wie gesagt, ist nie weggegangen. Alpine Linux habe ich einige Jahre jetzt mitzutun. Ich sage immer, es ist die einzige Linux-Distribution, die mich nicht wahnsinnig macht, weil es sehr auf Embedded getrimmt ist, auf Robustheit. Das Ding kann ich in Arbeitsspeicher booten. Das heißt, wenn mir meine Festplatte ausfällt, dann läuft dieses System weiter. Das ist ein schöner Level, sage ich mal. Genau. Dann, wo ich jetzt momentan viel gemacht habe, ist auch OpenNebula. Unter anderem, weil ich die Radar-Demo machen wollte. Da musste ich dann erstmal in OpenNebula die Kontext-Skripte richten, die den Host-Namen setzen, damit das Radar sagt, dieses System stinkt nicht, mit dem rede ich. Warum das für das Radar wichtig ist, werdet ihr in ungefähr 10 Minuten wissen. Genau. Das war es dann auch zu mir. Ich möchte über die Evolution reden von Config-Management-Systemen. Weil grundsätzlich, die Schrift ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen klein, oder? Ich zoome nochmal schnell rein, das müsste gehen. Ups. So. Grundsätzlich waren 1993 CF Engine rausgekommen. Eine 1.0 oder was auch immer. Ich hatte da, glaube ich, noch Computer gespielt und sonst nichts. Aber das war da. Und das ist eine Sache, die mich unglaublich schockt, wenn ich überlege, dass wir immer noch eigentlich immer wieder neue Tools schreiben und immer noch dieses Ding Config-Management jagen. Theoretisch war das eigentlich damals ein gelöstes Problem. Ich konnte Software installieren, ich konnte Server installieren, aber irgendwie hat es halt nicht so ganz geklappt. Und jetzt klappt es in manchen Ecken besser, aber immer noch nicht so ganz. 1995 ist von Morgan Stanley ein Paper rausgekommen, über ein System, das Aurora hieß. Das war deren interne Systemmanagement. Das sind Best Practices. Das war so ein langer Usenix-Artikel. Ich habe ihn jetzt gerade letzte Woche nochmal komplett gelesen. Die haben beschrieben, wie ihre Home-Directories aufgebaut sind, wie sie User-Profiles ausrollen. Also sprich, wie sie dieses ganze Configuration-Management für ihre Benutzer hernehmen, um zum Beispiel den Arbeitsplatz von so einem Börsenhändler in zehn Minuten wieder ans Leben zu kriegen. Das war 1995. Also, naja, da waren eigentlich die Best Practices da. Schlimmes Detail, 2010 gab es einen großen Hack bei Morgan Stanley, wo man dann irgendwie liest, dass Viren im Netz waren und so. Und da gibt es irgendwo eine Randnotiz von so einem Security-Consultant, dass ihm einer der Admins erzählt hat, das, was ihr Problem war, das waren die Aurora-Angriffe. Sprich, irgendjemand, vermutlich in China, hat dann dieses Paper genommen, sehr aufmerksam gelesen und dann halt wahrscheinlich das ganze System mal nachgebaut und dann haben sie ihren Angriff geübt. So lange, bis sie sicher waren, dass sie ihn ausfüllen können und dann haben sie das Netz hochgenommen eigentlich. Das ist der Level an Security, den wir noch reinbringen müssen. Das heißt, wir müssen nicht nur gelöst haben, Pakete installieren, sondern wir müssen auch noch eigentlich sagen, wie verteidige ich dieses Tool? Wird ein bisschen unangenehm. Aber, der Kernpunkt ist, 1995 gab es eigentlich den Austausch über Best Practices schon. Weiter. Ah, es scrollt sogar, das ist ja nett. Das ist jetzt mehr so, aus meinem Leben. 1999, wir hatten ja schon diesen Stand, dass eigentlich alles da war. Aber irgendwie ist das alles manuell gemacht worden. Geskriptet hat nur der Head-Admin, sonst eigentlich niemand. Ja, dann hatten sie auch mal überall Viren und ich habe so gefragt, habt ihr darüber nachgedacht, irgendwas zu schreiben, was das überall im Netz ausschaltet und absichert? Ja, nee, wir müssen ja eh an den Rechner hin, weil da ist ja der Virus drauf. Also, das war 1999 und es war auch kein kleines Unternehmen, aber das war der beste Ansatz, der denen einfiel. Dann habe ich sie gefragt, ob sie mal mit ihren Softwareentwicklern geredet haben. Nee, wieso? Die hatten ungefähr 150 Entwickler in der Firma. Ich bin da mal rübergegangen, die hatten schon längst mit ihrem Tornado und was weiß ich, wie das Zeug hieß, den ganzen blöden Virus debugged und auseinandergenommen und geguckt, wo er schlecht programmiert war. Aber die sind auch nie auf die Idee gekommen, mit den anderen zu reden. Können wir euch irgendwie helfen, die Firma wieder zu retten? Nee, nee, also soweit hat es nicht gereicht. Und dieser Austausch, das ist das, was wir jetzt, sagen wir mal, 15, oder sagen wir, 10 Jahre später hingekriegt haben und DevOps nennen. Dass wir kurz mal miteinander reden, zusammenarbeiten, gegebenenfalls Software schreiben für die anderen und so. Scroll. So, genau. Dann 2001 war ich endgültig einfach Unix-Admin. Wir hatten so, weiß nicht, 200, 250 HPOX-Kisten, die schon so kritisch waren, dass man dann auch mal 30, 40 Stunden bei einem Wartungswochenende durchgearbeitet hat, damit man pünktlich um sechs, wenn, was weiß ich, wieder alle Börsensachen laufen müssen, wieder alles anhat. In jedem Auftrag, den wir gekriegt haben, da gab es so Change Management, stand Durchführungsart manuell. Es war verboten, was zu automatisieren. Darf man nicht. Also eine Vorschleife war grenzwertig. Die Begründung war, dieses ganze IT-Zeug, das ist nicht wie Brücken bauen. Wenn ich ein paar Ingenieuren sage, baut mir eine Brücke von hier nach da und da muss ein Laster drüber fahren können. Dann können die eine Brücke von da nach da bauen und wenn ein Laster drüber fährt, dann hält die. Und die schaut so ziemlich so aus wie alle Brücken, weil man inzwischen weiß, wie das gemacht wird. Und sie gesagt, wenn wir unsere IT das machen lassen, dann haben wir keine Ahnung, wie das Ding aussehen wird, was sie sich unter dem Laster vorstellen und ob der da drüben ankommt. Und ihr braucht uns nicht zu erzählen, dass ihr das automatisieren könnt. Also das war so der Stand damals. Es ging einige Jahre, das hat mich irgendwann zu Tode genervt. Weil ich bin eigentlich schon jemand, wenn ich eben sehe, dass ein Prozess vollkommen bekloppt ist und nicht vorwärts geht, dann will ich den ändern. Irgendwann ging es dann los. Dann hatten wir den schönen Stand, dass wir Tools getestet haben. Wir haben mit Red Hat Satellite angefangen. Da war das letztlich in den Post-Install-Skripten vom Kobler dann, dass halt ein bisschen was mit reingebaut wurde. Dann haben wir gemerkt, wir müssen nachträglich User ausrollen. Das haben wir dann mit CFEngine gemacht. Das dann in den RPM, also die Policy wurde in RPM gepackt, das wurde dann auf den Rechner per RHN draufgeschoben. Und dann lief die Policy an und hat den User angelegt. Und das Ganze war so schlampig, dass ich dann, das macht ja so ein Backup-Copy-File, CF-Safe oder so, bei jedem Lauf. Dann hatte ich unter etc. 300, 400 so Backup-Files. Für mich als Admin war das ganz toll. Dann sind wir weitergewechselt. Irgendwann hat man HP Server Automation, wie das jetzt heißt, oder damals Obsware, was ein ziemliches Killer-Tool ist. Es ist grafisch. Wenn ich es einschalte, habe ich Audit-Logging. Ich kann die ganzen Software-Repositories da reinladen, direkt von Red Hat mittracken. Ich kann sie einfrieren. Das heißt, ich kann verschiedene Stände haben und meine Server einfach quartalsweise hochschalten und sowas. Das geht alles. Es wurde aber so viel hingebastelt, dass es von damals 30.000 Servern auf die skalieren konnte, mit 200 ziemlich überlastet wurde. Also ich sollte Rollouts machen und dann ist die Software halt immer umgefallen. Dann habe ich gesagt, das geht so nicht. Ja, dann muss das halt stückeln. Also ein Automatisierungstool, bei dem ich dann meinen Automatisierungstask erst mal zerteilen soll, damit es überhaupt klappt. Das kann es auch nicht sein. Und worauf ich jetzt hier rumreite, ist, die Benutzererfahrung von unseren Tools ist noch ein bisschen schwierig. So. Dann, in den Jahren seit 2011 ist mir dreimal was passiert. Ich bin irgendwo hingekommen und mir hat jemand gesagt, ja, wir haben uns das schon angeschaut mit diesen Tools, aber irgendwie, die waren nicht das Richtige für uns. Wir haben dann unser eigenes gebaut, weil wir kennen unsere Umgebung ja auch am besten. Also ja, es gab eines in Python. Das war eigentlich so eine Rotbasisgröße und Funktionalität in Ansible, nur dass es halt Ansible noch nicht gab. Und dass es nur bei einem einzigen Kunden auf der Welt eingesetzt wird. Der hat halt jetzt sein Ansible. Es gab eines in XML. Das war voll deklarativ, also wie ein NixOS. Von dem her ganz schön. Es war auch mit XSLTs. Das heißt, ich konnte wirklich validieren, ob meine Config in Ordnung ist, bevor die irgendwo hingeht. Es gab aber keine DTD, die ich richtig angucken konnte. Das heißt, ich konnte nie rausfinden, welche Settings gibt es in dem Ding. Ja, und auch in diesem Fall, der Entwickler war halt schon weg. Das heißt, man kann dann auch nicht fragen. Man hat dieses voll deklarative System. Man muss eigentlich nur einen Benutzer anlegen. Das geht aber nicht, weil das bügelt mir die ETC-Password ja sofort weg. In dem Fall musste ich dann eigentlich einen vollen Betriebssystem-Rollout jedes Mal machen, um weiterzukommen. Ja, und die dritte Variante, die war Shell- und R-Sync-basiert. Es ist Perl mit drin, teilweise inline im Shell und auch nicht in der Funktion rausgekapselt. Es ist halt alles. Und ich muss zum Glück nicht immer mit diesem System selber arbeiten, aber sie haben gemein, dass es für die Leute, die sie benutzen müssen, halt nicht funktioniert. Das heißt, sie sitzen dann da, müssen Server betreuen und diese Tools steigen in andauernd auf die Füße. Und spätestens, wenn ich jetzt eben an so ein Selberbauding denke, kann ich auch nicht sagen, ja, du musst halt dieses Tool beherrschen lernen. Ja, also außer der Typ hat einen Lebensvertrag. Ansonsten ist es für ihn nicht sehr sinnvoll, dass er das hausgemachte Tool von Firma A lernt. Das ist jetzt fast die letzte Lästerfolie. Genau, also ich habe schon mal komplette OS-Rollouts machen müssen, um User zu verteilen, was in einer größeren Umgebung auch dauert und natürlich total fehlerbehaftet ist und auch heißt, wenn ich jetzt ein kaputtes Paket habe, weswegen ich das OS nicht bauen kann, kann ich keine Benutzer mehr ausrollen. Super. Das nennt man dann Disruption, glaube ich, und Context-Switch. Ja, bei Opsware heißt die Datenbank Truth. Die Begründung ist, nur das, was in der Datenbank steht, ist der Zustand, den meine Umgebung haben soll. Ganz ehrlich, nö. Truth ist das, was auf den ganzen Systemen eingestellt ist. Das andere, das nennt man Elfenbeinturm. Ja, genau. Das Python-basierte Tool, das hatte eine komplette Infrastrukturfunktion mit drinnen, mit Abbildung von Standorten. Dort stehen fünf Rechner, da konnte ich mit einer CD hinfahren, sagen, ich habe den Rechner drei und der wurde durchinstalliert. Echt geil. Aber es hatte jetzt nicht sowas wie Error-Handling. Wenn ich in dieser Infrastruktur-Datei jetzt ein Kommand zu viel in den Python-Zeug gemacht hätte, oder eine Klammer, dann ist alles hin. Das geht nicht. So, und damit kommen wir eigentlich an diesen Punkt. Die Tools, die können jetzt mehr. Viel mehr. Ich kann dynamische Daten einbinden. Es gibt Patches an Safe Engine hin, um Zero-NQ direkt in Agent reinzufüttern. Oder MQTT, ich weiß es nicht, eins von beiden. Das heißt, ich kann die Geschwindigkeit von meinem Fließband mit der CPU-Last vom Server verdrahten. Coole Sache. Wir haben Ansible, was wirklich einfach ist für Einsteiger oder Leute, die eben in einem Start-up arbeiten und eh nicht wissen, ob sie diese Config jetzt zehn Jahre lang am Laufen halten müssen. Womöglich sagt ihnen übermorgen die Entwicklungsabteilung, du, wir machen einen Pivot, wir machen jetzt was anderes. Du musst bitte von PHP auf, keine Ahnung, Go wechseln. Ja, dann brauche ich nicht ein Tool, was das Ganze bis ans Ende des Universums pflegen kann, sondern irgendwas, was ich wegwerfen kann. Also, da werde ich den niemals reinreden und die ganzen Tools, die wir hatten, die waren für die Leute, die so kurz mal eine Infrastruktur hochbringen müssen, halt zu kompliziert. Das ist jetzt besser. Bloß, wir sind eigentlich mit den anderen Leuten, die nicht der Entwickler sind, der die ganze Infrastruktur betreut. Wie schaut denn das für die aus? Wer hat denn davon eins schon mal gesehen? Okay, wer hat es gesehen, weil was nicht funktioniert hat? Okay, einer zumindest, das ist ehrlich. Also, ich kenne das eigentlich grundsätzlich. Irgendein Dienst funktioniert nicht. Ich habe die Policy nicht gebaut, aber es ist mitten in der Nacht, ich bin angerufen worden, weil der Dienst nicht geht. Ja, dann schaue ich in die Config-Datei, dann steht da, ich soll es nicht editieren. Gehe ich jetzt wieder schlafen? Also, die Logik ist schwierig. Ich meine, du kannst dann natürlich hergehen und kurz mal das Ding umbauen, den Dienst richten und dann in der Früh Bescheid geben, hey, da ist ein Fehler in der Policy, sieht folgendermaßen aus, das File ist nicht mehr sauber. Das geht. Dann bin ich aber schon wieder im Zugzwang, dass ich jetzt erstmal dem Chef, Architekt oder was auch immer nachweisen muss, da war ein Fehler drin, er hat so ausgesehen und das hatte folgendes Ergebnis, weil ansonsten sagt er, nö, kann ich nicht nachvollziehen, aber mir passt das, ich habe das im Test laufen lassen. Dann bin ich der Arsch. Entschuldigung. Wesentlich höflicher finde ich hier die Variante vom Network Manager, mit dem ich kein Freund bin, Generated By. Das heißt nämlich Verantwortung übernehmen. Das hier ist nicht Verantwortung übernehmen. Das ist einfach nur, ja, das ist meins. Und die Ansible Variante ist wirklich die höflichste und netteste. Do not edit directly. Gut, das sagt immer noch nicht, dass der jetzt die Berechtigung hat, um die Policy anzupassen, aber es sagt zumindest, hey, es liegt jetzt wahrscheinlich schon an mir, du wirst mit mir arbeiten müssen. Das ist so ein bisschen freundlich, aber ich meine, das ist jetzt ja kein Code. Das wird von Menschen gelesen. Und alle unserer Tools haben so Standardtexte, die den erstmal einfach beleidigen. wenn er vor dem Fehler sitzt, ich musste diesen Meme-Generator anschmeißen, sieht das halt so aus. Und wie gesagt, also ich würde jeden, keine Ahnung, 0815-Dienstner-Vorschrift-Typen verstehen, der dann heimgeht und sagt, ja, ich durfte ja nicht. So, das war, wie gesagt, also jetzt ist der letzte Teil um. Bei Rudder ist der Text so. Diese Datei wird von Rudder verwaltet. Wenn du die editierst, pass auf, könnte es sein, dass ich dir in die Quere komme und das wieder kaputt mache. Könnte es sein, dass dein Edit und das, was ich habe, inkompatibel sind und du dann alles schrottest. Du solltest wohl nachschauen. Das ist nett. Zu Rudder. Das ist eine Software, die ist komplett offen. Aus Frankreich wurde 2010 gestartet das Projekt von drei Config-Management-Consultants. Die waren alle schon jahrelang unterwegs und haben Kunden zu Configuration-Management-Problemen beraten. Das ist ein bisschen anders als bei den meisten anderen Tools. Die wurden von irgendjemandem geschrieben, der wollte Config-Management haben und das, was er hergenommen hat, das hat ihm nicht gefallen. Also bis auf CF-Engine und vielleicht BCFG waren Sold auch. Genau, Sold ist auch nicht da drinnen. Aber Chef und Puppets sind eindeutige Fälle von nee, das, was da ist, das kotzt mich an, ich mache mein eigenes. Ist nicht schlimm. Ich meine, ich rege mich ja auch über Software auf, habt ihr gemerkt. Aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn sich drei Leute zusammentun und sagen, können wir das für unsere ganzen Kunden, die uns immer um Hilfe bitten, besser machen? Ja, dazu haben sie ein bisschen Ziele gehabt. Also das ist jetzt meine Interpretation. Ich habe nicht gefragt. Ich nehme es jetzt zwei Jahre her und das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Sie wollten Standardmethoden und Standards rein schaffen in das Ding. Das heißt, keine eigene Software basteln, um irgendwas zu erreichen, wenn es schon eine gibt. Und alles, was sie selber bauen, auf Standardmethoden aufsetzen, sodass es wiederverwertbar ist. Es soll einfach zu bedienen sein. Ich glaube, es gibt kein anderes Config-Management-Tool. Und ich meine, da jetzt auch zum Beispiel eben Ansible, wo direkt steht, also eins unserer Ziele ist, dass es leicht zu benutzen ist. Ansible ist groß geworden, weil es leicht zu benutzen war. Aber das ist ein Unterschied. Es war nicht das allerfetteste Ziel am Anfang. Besichtbarkeit, der Punkt ist jetzt schwer zu erklären. Der kommt. Im Prinzip geht es darum, ich soll sehen können, ob das Zeug funktioniert, was ich da gebaut habe. Ja, und das soll halt einfach nicht nur auch ein neues Rad sein. Also nicht, keine Ahnung, der Nachfolger für Chef, der noch cooler ist oder so. Das war nicht das Ziel. So. Wie bin ich drüber gestolpert? Das war vor zwei Jahren. Ein Kunde hat mich gebeten, nach dem Config-Management-System mit Ausschau zu halten. Ich habe dann die Ausschreibung gekriegt. Da stand viel. Das ist meine Zusammenfassung. Es müsst halt bitte alles können. Also ein Web-Interface, LDAP-Audifizierung, und ja, also wenn möglich, so 200 Benutzer, die drin arbeiten. Und naja, also es war krass. Dann habe ich mich erinnert, ich bin in der Lobster, das ist die League of Professional Sys-Admins, und da gibt es ein Mentorship-Programm. Und dann habe ich da hingeschrieben, weil ich mir so gedacht habe, natürlich will ich das machen, aber was soll ich machen? Und dann hat der sich, der Mario Stocea, zwei Stunden mit mir hingesetzt und habe mir über Chef erzählt. Und das war sehr spannend. Chef war in meiner engsten Auswahl. Der Punkt, wo es dann ein bisschen schwierig wurde, ich glaube, der kommt jetzt hier. Genau, das war der letzte. Ich habe ihn dann gefragt, wie macht ihr das mit Change-Management? Ich meine jetzt diese Version von Change-Management, wo jemand ein Change-Task kriegt, es eine CMDB gibt und irgendjemand das genehmigen muss. Zum Beispiel, sagen wir mal, wir hätten jetzt schon die volle Netzwerk-Automatisierung, ich will was am Core-Switch ändern. Dann wird vermutlich irgendjemand meinen, ja das ist schöner, vielleicht fragst du uns, bevor du das Netzwerk umkonfigurierst, weil du jetzt gerade gesehen hast, dass du die Route da viel geiler machen kannst, weil vielleicht kannst du das am Wochenende machen oder so, weil wir haben da so eine Fabrik oder irgendwas oder keine Ahnung, unser Hubschrauber fällt sonst drunter, was weiß ich. Das ist Change-Management. Die Antwort war dann, ja, kennst du Server-Spec? Dann habe ich ein bisschen überlegt und ich habe mehrere Fälle davon dann gefunden. Im Prinzip, die Interpretation von Change-Management im Start-Up-Bereich ist, du hast halt Git-Branches, du fährst automatisierte Tests auf deine Policy und wenn die alle grün gehen, dann wird die Policy angewendet. Da ist nicht vorgesehen, dass irgendwie die Leute in der Firma, die das Gehalt zahlen oder die, keine Ahnung, tausende Angestellten, die davon abhängig sind, irgendwie mitreden. Nee, nee, es geht nur darum, ob das grün ist. Das ist kein Change-Management. Ja, dann eben die Add-It-It-Fall-Geschichte, da springen wir jetzt drüber. Und auch nicht irgendein Tool, was mich zwingt, unglaublich naiv zu sein. Sagen wir mal zum Beispiel, was ihr oft hört ist, ja, da musst du Templates nehmen. Das stimmt, das macht oft auch wirklich viel Spaß, eine Config-Datei einfach zu templaten. Das ist tausendmal sauberer, wenn ich die überall hin ausrollen will. Bloß, dann sage ich, ja, wie ist denn das bei euch mit der Grub-Config? Habt ihr da auch ein Template für? Das geht, wenn ich dann nur einen Kernel in der ganzen Infrastruktur habe, aber meistens muss ich da ein bisschen flexibler sein. Und dann brauche ich ein Tool, was es dann wenigstens schafft, die zu editieren und nicht jemanden, der mir sagt, ja, du, nö, also, das Problem haben wir nicht. Das heißt, das Tool sollte mehr als Trivial-Kram können. Und, der letzte Punkt eben, ich hatte ja immer wieder Entwickler, die dann schon weg waren. Es sollte nicht so sein, dass dann nur einer die Policy versteht. Das Tool muss jemanden zwingen, zu dokumentieren. und man sollte eigentlich auch mit gucken, die backen können. Egal, ob ich mir dann alles ausdruck oder was auch immer, aber ich sollte recht leicht die Zusammenhänge in dem Ding verstehen können. Das ist wirklich der, oder einer der großen Killer-Punkte in Rudder. So, wir haben das nachher in echt. Wir gehen jetzt nur auf zwei Sachen ein. Einmal, es gibt ein Web-Interface. Es geht hier, das könnt ihr nicht lesen, um Compliance. Rudder kommt aus dem Compliance-Bereich. Das heißt, das sollte auch in der Bank so mit ein bisschen Liebe und Glück reichen, um ein Audit zu machen und zu sagen, wir sind compliant mit irgendeinem bestimmten Standard. Oder, wenn der CEO reinkommt, oder CIO dann wahrscheinlich, und sagt, wie ist denn das, sind unsere Patches ausgerollt? Dann sollte man so binnen einer Minute sagen können, eher auf 92% der Systeme, aber auf den 8% nicht, weil die noch da einen Freeze haben. Das sollte gehen. Dann wird ein Tool so halbwegs einfach. Und deswegen gibt es hier auch tatsächlich einfach ein Dashboard, was mir so ein Zeug anzeigt, wie, ja, die globale Compliance, die ist jetzt hier zum Beispiel schrottig, das sind 35% der Systeme nicht okay. Da muss ich jetzt nicht anfangen, in Logs zu greppen. Da muss ich nicht nochmal einen Policy-Lauf machen und gucken, das ist schon da, da mache ich nur die WebGUI aufführe. Genauso hier drüben, das ist die Version der Agents. Ihr seht, es gibt eine, die ist relativ viel da, noch eine andere, noch eine andere, noch eine andere. Ich kann euch sagen, allein der Punkt ist hart. Wenn man da viele Clients hat, also nicht nur hunderte, dann sieht das ein bisschen anders aus und man hat dann wirklich den Punkt, wo man irgendwann sagt, nee, lass uns mal jetzt einfach nur das aufräumen. Das Ding tritt einem auf die Füße und zwar so, dass es hilft und es ist relativ aufgeräumt. Wenn wir jetzt die Gegenseite angucken, jetzt muss ich ein bisschen scrollen, auf CLI-Seite, es guckt mich an, es sagt, du hast hier ein Kommando auf jedem Rechner, der heißt Router Agent, jetzt gehen wir hier rüber schnell, du kannst gucken, ob der Agent in Ordnung ist, Router Agent Check. Du kannst ihn ausschalten, das ist das Zweite, was hier in der Online-Hilfe steht. Wenn der Admin ein Problem hat, also wenn er das nicht hinkriegt, dann mache ich dem Tool auf jeden Fall keinen Vorwurf. Er muss es nur eingeben und es ist so hart, der Schalter, dass der auch mittendrin, wenn es gerade einen Policy-Lauf macht, binnen ein oder zwei Sekunden normal das Ding abknallt. Ja, Health, Info, bla, lassen wir die mal alle. Also es ist auf jeden Fall einfach so durchdokumentiert. Das war, als wir damit angefangen haben, vor zwei Jahren noch nicht so. Da ist einem dann der Agent-Output einfach so entgegengefallen. Aber das sind die Punkte, an denen die arbeiten und die Prioritäten sind. So, technisches Zeug, vielleicht kann ich ganz schnell machen. Es gibt einen Master-Server, es gibt Relays und es gibt Nodes. Node ist halt ein Client, auf dem läuft ein Agent. Ich bin sehr froh über die Agents übrigens. Ich habe viel mit Ansible gemacht, ich habe viele komische Skripte geschrieben, aber es ist unglaublich toll, dieser Agent, der ist nämlich Out-of-Band-Management. Das heißt, wenn ich irgendwie meine SSH-Config kaputt mache, dann läuft dieser Agent und dann kann ich sie wieder richten. Also mich hat das schon sehr gefreut manchmal, dass das Ding einfach gar nichts mit mir zu tun hat. Der ist nicht in der direkten Administration vom System involviert, das ist einfach nur ein Prozess, der läuft da, der wird über einen Grund nachgestartet, wenn er tot ist und den kann ich eigentlich kaum kaputt machen. So, genau. Ich hatte es schon gesagt, die haben versucht, immer Standards zu nehmen. Das heißt, da drin ist eine Postgres-Datenbank als Backend, es nimmt OpenLDAP für seine Suchen und den ganzen Kram her. Der Agent ist klitzeklein, der ist schnell, ich brauche keinen Ruby oder so und der Punkt, den könntet ihr euch merken, jeder Node ist autark. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Master-Server nehme und wegschmeiße, dann läuft alles weiter. Das ist egal. Das Einzige, was dann nicht mehr geht, ist dieser Punkt hier, dass sich was dynamisch anpasst. Dynamisch anpassen kommt noch. Wie ist das vom Aufbau her? Ich habe einzelne Nodes, die benutzen Fusion Inventory. Das ist auch ein Standard-Tool. Bauen eine XML-Datei, die wird zu diesem Master-Server hoch übermittelt. Sie holen sich außerdem so eine Grundpolicy, die darf jedes System haben, auch wenn es noch nicht offiziell akzeptiert ist oder so. Da steht nur drin, wie es einen Server erreichen und so kleinen Kram. Und über jede Sache, die sie irgendwie durchführen, schickt sie eine Syslog-Meldung an diesen Master. Auch ein Standard-Protokoll, kein eigengebautes oder so. Der Master nimmt diese Berichte, die Policy, die er aus dem Inventarkram, aus den Infos gebaut hat, und vergleicht das einfach. So komme ich auf diesen Prozentwert, den wir vorher gesehen hatten. Das ist also relativ trivial. Es ist in der CPU-Last nicht zu bemerken, selbst der Syslog-Traffic fällt nicht großartig auf. Genau. Und der Master hat normalerweise keinen Zugriff auf diese Nodes. Entschuldigung. Warte mal. So. Also der kann da nicht viel machen. Die Nodes fragen ihn nach Policy. Wenn ich jetzt eben an einem Node das abgeschaltet habe, kriegt der Master das nicht an. Und das ist auch Absicht. So. Wie klappt das Ganze? Wenn ein Agent seine Inventurliste geschickt hat, signiert der die erstmal mit einem Key, den er sich erzeugt hat. Da ist mein Key-Management. Das kommt automatisch mit. Und landet dann hier in so einer Liste, die heißt Pending Nodes. Das heißt, der darf nicht rein, aber wäre gerne da. Die anderen Werte hier sind jetzt wurscht. Aber auf jeden Fall ist der Pending. Es gibt Accepted und Pending Nodes. Zack. Ah. Dann habe ich mit meinen Screenshots aufgehört. Das ist okay. Wir haben eine Umgebung. Die ist nicht an allen Stellen schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass ich KVM so überfordern kann, aber ich kann. Es sind irgendwie 40, 50 VMs, die jetzt laufen und manchmal ist es langsam. Aber es geht. Ich habe eine Grundpolicy reingemacht, damit wir was sehen können. Ich schiebe mich schnell hoch. Es gibt ein bisschen Autopatching, dass so ein Jumbo oder so einfach von selber angetreten wird. Syslog-Server ist eingestellt. Der schickt die Meldungen an so einen Log-Stash. Und es gibt noch ein normales Monitoring. Und betriebssystemmäßig habe ich es ein bisschen gestreut, damit wir auch Unterschiede sehen. So. Jetzt eins nach rechts, glaube ich. Genau. Das ist zu klein. Abgesehen davon ist es jetzt ein laufendes Rudder. Es gibt hier links 25 Rechner, die aktuell drin sind. Das heißt, diese 98% beziehen sich auf diese 25 Rechner und die sind im Großen und Ganzen okay. Ich werde jetzt schon spoilern. Einer, da hatte ich einen Bug, da habe ich den Agent ausgeschaltet. Das sind die 2%. Wenn wir hier gucken, haben wir auch nochmal die große Übersicht. das hier sind die Systeme, die komplett in Ordnung sind. Und dann gibt es nochmal eine Gruppe, die hat so einen leichten Datscher. Wenn ich das bayerisch sagen darf. Die sind nicht ganz okay. Das ist wieder der Punkt. Mein Manager ruft mich an und der will wissen, wie ist denn die Umgebung? Ist die in Ordnung? Dann kann ich sagen, nahezu komplett. und das ist tatsächlich die Auskunft, die ich eigentlich gerne haben würde. Wenn ich jetzt der Helpdesk-Mensch bin und er sagt, ja, was ist denn da nicht in Ordnung? Dann kann ich hier in diesem Tool auch rumklicken, bis ich das rausgefunden habe und ihm sagen, ja, da gibt es einen Prozess beim KVM, der wird dauernd neu gestartet. Das geht. Und das ist so einfach, dass das der Manager dann versteht und auch der Mensch ablesen kann, der eventuell nicht sich jedes Mal auf den Server einloggen möchte oder Logs würden oder sonst was. Ansonsten haben wir hier noch die Agent-Verteilung, das ist wurscht. Und hier haben wir diese Pending-Nodes. Also Accepted und Pending. Jetzt gehe ich da drauf und dann kriege ich eine Liste von ein paar Systemen. CentOS und CentOS und CentOS, so wie es aussieht, okay. Hier vorne ist der Hostname. Grunddaten wie die IP und hier hinten steht noch Directive. Das gucken wir gleich an, und das ist recht spannend. Jetzt gehe ich erstmal hier drauf. Da sehen wir die ganzen Details von dem System. Die sind so nett aufgelistet. Das ist kein JSON. Das kann man lesen. Also auch wenn man kein JSON lesen kann. Sagen wir es so. Und ja, das ist halt recht praktisch für jemanden, der jetzt nur im Helpdesk ist und ein Ticket gekriegt hat, dass der Node aufgenommen werden soll, wenn man diesen Prozess manuell macht. Man kann den auch per API automatisch machen oder so, aber sagen wir einfach, man würde ihn manuell machen. Hiermit könnte man das hinkriegen. Und dann gibt es halt irgendwo einen Button noch, mit dem ich jetzt Accept sagen kann. Genau. Also jetzt habe ich nur aufgeklappt. Ich kann hier schon nach Festplatten gucken und so. Das lassen wir jetzt. Aber ich habe da alle Stammen oder Kerndaten von dem System mit drin. So, hier ist er genau. Zack. Und jetzt sage ich Accept. Dann werde ich nochmal kurz gefragt, möchtest du dieses System jetzt reinnehmen? Hier steht erstmal schon, wenn du das machst, dann kriegt er seine Regeln übertragen und dann wird er auf Linie gebracht. Also das ist dann nochmal die kleine Warnung. Da kann ich mir nochmal überlegen, erwarte mal, das war diese Produktivkiste, die dauernd spinnt. Dann kann ich das auch nochmal abbrechen. Ich mache das jetzt. In dem Moment wird meine Compliance ganz weit nach unten fallen. Erst sagt er, ich weiß von dem System noch nichts und dann sagt er, nee, das ist nicht in Ordnung und dann fängt er an, das zu richten. Wenn ich durch bin, dann guckt mal einfach und dann sollte das grün sein. Davon gehe ich aus. Es rennt nicht die ganze Policy in zehn Sekunden durch. Erstens, weil die Umgebung ein bisschen überlastet ist. Zweitens, weil es womöglich mehrere Läufe braucht. Der muss erstmal mit dem Server reden, dann sagt der Server, ach, das ist ja cool, okay. Und das kann also zwei, dreimal laufen. Und ich habe das Intervall auch nur fünf Minuten gestellt. Das ist der Standard. Jetzt gucken wir uns noch ein zweites an, das hier wartet. Hier rechts habe ich gesagt, diese Lupe, die wird spannend. Ich klicke die jetzt mal schnell an. Schnell klicken und dann länger laden. Hier sehe ich jetzt, welche Regeln für dieses System angewendet würden. Regeln sind die Kombination aus einer Gruppe von Rechnern und einer Gruppe von Policy Settings, die gemacht werden sollen. Jetzt kann ich sehen, okay, der kriegt hier die Einstellung für KVM verpasst und er kriegt eine Grundkonfig für ein Red Hat-basiertes System. Und das ist der aktuelle Status, das ist eigentlich egal. Und er kriegt die Defaults, ja genau. An der Stelle habe ich noch nicht auf Accept geklickt. Das heißt, ich kann das vorher nachschauen. Den tue ich jetzt nicht rein, weil Strada hat auch eine API. Ich werde euch das Kommando nur zeigen, weil das habe ich irgendwie abends zusammengekratzt. Ich möchte gar nicht behaupten, dass ich auswendig JQ bedienen kann. Wie läuft das? Es gibt ein CLI, das sind eigentlich Shell- und Python-Bindings für die RADA-API. Syntax, RADA-CLI, Node, List, Pending. Das sind also die, die in der Warteschleife hängen. Das habe ich dann auf JQ gepiped, mir die UUID von dem System geholt. Alle API-Aufrufe laufen über die UUID. Das ist, um so Sachen abzudecken, wie der Host wird umbenannt. Dann kommt hässlicher SED und dann wird der Node akzeptet anhand der UUID. So, machen wir S-X add-all. Es wird SSL-Fehler geben. Abgesehen davon, hier gibt es jetzt auch JSON, die UUID, der Hostname und der Status. Diese Sachen kann ich also alle hernehmen, wenn ich, keine Ahnung, wie heißt das coole Tool CloudFormation oder CloudForms? Das, mit dem ich so verschiedene APIs zusammenbinde und alles durchautomatisiere. Also eines von beiden ist es. Ich kann hier problemlos dagegen programmieren. Die API macht das alles mit. Die war einer der Punkte, warum wir dann wirklich dieses Tool genommen haben am Ende. Weil die API einfach funktioniert hat und viel konnte. So, wenn ich jetzt hier rübergehe und nochmal kurz die Liste von Accept New Nodes aufmache, dann ist meine Liste leer. Das heißt, die sind jetzt reingekommen. Eigentlich kein großes Ding, aber ihr müsst überlegen, ich habe da jetzt nur geklickt und einmal ein Skript aufgerufen. Also das ist schon relativ praktisch. Und es hat eben trotzdem das ganze Key Management gemacht, die Regeln angepasst. Das heißt, ich hatte vorher eine Regel, KVM-Systeme sollen bestimmte Settings kriegen. Wie werde ich zu einem KVM-System? zack. Hier, so. Es gibt eine Gruppe, die heißt Hardware-Flavor-KVM und die ist dynamisch. Könnt ihr das noch lesen hier? oder das ist zu klein wieder? Okay, alles klar. Danke. Das ist ganz simpel. Der guckt diese Daten durch nach dem BIOS-Namen, der KVM ist. Also ein DMI-D-Code letztlich. Bei jedem System, wenn es neu reinkommt, wird ja diese Inventarinformation hochgeladen. Die landet im LDAP, wo sie dann einfach um die Gruppensuchen schnell zu machen, verknüpft wird. Dann guckt er da drauf und ich glaube, alle drei Minuten oder so frischt er die Gruppen von selber auf. Das heißt, ich musste jetzt nicht in irgendeine Infrastruktur-Datenbank gehen oder irgendwo hin und erstmal dafür sorgen, dass dieses Ding in die Gruppen mit reinkommt, die für KVM zuständig sind. Es musste auch nicht einmal noch gepollt werden. Das ist jetzt einfach durch. Der landet in der Gruppe und wird konfiguriert. Hier könnt ihr jetzt auch schon so eine Policy-Stati sehen. Grün, das ist schon in Ordnung. 67% Blau, da weiß ich es noch nicht. 3% Orange, da hat es Fehler gegeben. Fehler gegeben könnte jetzt zum Beispiel in dem KVM-Fall hier sein. Ich habe einen Test, ob DevWatchDoc existiert und ein Character-Device ist. Vielleicht war es nicht geladen. Das wäre jetzt so der typische Fall zum Beispiel. Ich kann euch das kurz zeigen. Da kürzen wir jetzt ein bisschen ab, weil das ist eigentlich eh das Spannendste für euch. Aber das wird jetzt ein bisschen eng mit dem Platz. Ich werde ein bisschen rauszoomen und dann eher vorlesen, glaube ich. KVM-Log, wie heißt das Ding? WatchDoc, genau. So. Ich habe einmal eine Instruktion. Das ist so ein Klickeditor für Policy. Der kommt ganz, also habe ich gelesen, CFEngine-Code soll unglaublich schwer zu lesen sein. Ich klicke da drauf. Ich weiß es nicht. Also nein, natürlich, ich kenne mich schon ein bisschen aus, aber es ist wurscht. Hier steht Package-Install-WatchDoc. Simpel genug kann ich in jedem Tool. Hier steht jetzt auch schon mal FileCheck of Character Device. Da wird es jetzt schon ein bisschen eng bei den meisten mit den Standard-Features. So. Dann patche ich hier in die WatchDoc-Conf eine einzelne Zeile rein mit einem Header drüber, der halt sagt, wurde von Rudder angelegt und zwar aus dieser sogenannten Technik Install WatchDoc. Das heißt, wenn jetzt jemand da reinschaut, dann kann der auch sehen, von wo es kommt. Das kann er durch jeden Tool machen, aber hier habe ich dieses Feld und so diese ganzen Sachen. Das heißt, ich kann es wirklich leicht machen. Ja, und dann wird er noch gestartet und ich glaube, die Stelle hier, die funktioniert nicht richtig. Service Ensure Running, da macht er einen PS und der klappt irgendwie nicht so ganz richtig. Das werden wir dann nachher sehen. Das kann ich nämlich auch im Tool finden, dass da was nicht in Ordnung ist. Hier drüben habe ich dann noch das Treiberladen. Da wird sichergestellt, dass in der ATC Modules dieser WatchDoc-Treiber drin ist und dann wird ein ModProbe gemacht, um den zu laden. Aber nur, wenn das hier gerade gefixt wurde. Wenn das schon in Ordnung ist, muss er ja kein ModProbe machen. Um das, also diese Mini-Verknüpfung State Machine reinzubauen, muss ich im Endeffekt hier auf dieses Line Present klicken. Dann ist es wieder ein bisschen blöd zu sehen. Hier unten kopiere ich mir den Teil, wo Repaired steht. Also sprich, ich habe eine Änderungs-Action ausgeführt und paste den hier oben bei den Conditions rein. Warum das so funktioniert? Das CF Engine baut jede einzelne Änderung an irgendeiner Policy-Komponent als State Machine auf, die autark laufen kann. Dementsprechend haben die Return Codes, die dann woanders wieder verwertet werden können. Was wollte ich noch zeigen? Genau. Es gibt sogenannte Direktiven. Das ist für Leute, die jetzt auch keine Policy klicken sollten. Vielleicht ein Helpdesk-Mitarbeiter, der einen User anlegen soll oder ich habe was geoffshort, dann kann es auch immer schwierig werden. Mein Beispiel, was ich mir rausgepickt habe, ist eine Sudo-Regel fürs Monitoring. Die hatte ich auch hier drüber einfach eingelegt. Hier gibt es eine Library. Das heißt, hier sind vorgefertigte Sachen. Policy-Schnipsel. Die sind ein bisschen komplexer, die machen eigentlich dann alles von A bis Z für eine bestimmte Aufgabe. NTP einrichten, Upt umkonfigurieren, was weiß ich. Hier ist jetzt Sudo-Zeug anlegen. Das heißt, wie Sudo aufrufen, checken, ob die Config noch in Ordnung ist, Rollback, wenn sie nicht in Ordnung war, den kleinen Kram. So. Hier gibt es jetzt Felder. Da kann ich direkt auswählen. Ich will einen Benutzer oder eine Gruppe berechtigen. Die hat einen Namen und ich möchte, dass er kein Passwort angeben muss und ich lege die Kommandos fest, die er ausführen darf. Der Spaß dabei ist jetzt, das ist ein XML-File, was ihr, wenn ihr Policy schreibt, halt mit zusätzlich machen könnt. Und ich sage mal, wer jetzt Config-Management-Code schreiben kann, der kann auch ein XML-File schreiben. In dem werden die Felder definiert und der schöne Punkt, wird auch auf die Felder Regex oder sonstige Validierungscode drauf gemacht. Das heißt, ich glaube, hier unten hatte ich es schon hingekriegt, dass ich irgendwie den Separator nicht richtig hatte oder so ein Quatsch, dann konnte ich es nicht speichern. Da sagt er, nee, das geht nicht. Und da sind wir dann endgültig an dem Punkt, das würde ich jetzt benutzerfreundlich nennen. Ich hatte mir auch bei Chef damals das Web-Interface angeguckt. Da konnte ich viele Sachen auch schon machen. Ich konnte direkt die Policy editieren. Das Problem war, da ging dann so eine Box auf, wo dann acht Zeilen Ruby standen und das war ein Stück der Policy und ich konnte ACLs vergeben, dass ich das machen darf. Aber ich konnte nicht sehen, was da oben und da unten steht. Und damit konnte es keiner benutzen. Das war lebensgefährlich. Hier werde ich tatsächlich geschützt davor, dass ich irgendeinen Quatsch in die Policy reinbaue. Ich darf es nicht speichern dann. Und ja, also das, wenn ich jetzt irgendwen auf der Straße frage, das ist eigentlich so der Minimallevel für, du, da ist ein Tool mit, dem kannst du 5000 Server konfigurieren, aber wenn du was Falsches reinschreibst, dann macht es das. Also ich glaube, das ist so der Grund, warum wir immer noch an Tools arbeiten und verbessern und hin und her, weil das einfach immer noch nicht ganz abgefangen ist und einfach immer noch ziemlich verrückt ist eigentlich. So. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, wie die Zeit ausschaut. Ah, okay. Ich werde nur noch zwei Sachen zeigen und dann mache ich Stopp, weil ich weiß, ihr seid jetzt eh gerade alle schon vollgekippt mit GUI und so und ich möchte auch noch Zeit haben, falls eine Frage ist. Ein Punkt, der hier noch ist, dieses Tool hat diesen Change Management Anteil. Ich schalte das jetzt mal ein. Da gibt es ein Administrationsmenü und hier ist schon mal ein Punkt Change Audit Logs. Wenn ich hier was ändere, dann geht das in ein Audit Log. Unten drunter ist auch ein Git Repository. Das heißt, ich könnte es da schon auch sehen, aber es gibt auch einen Log, das ich anschauen kann. Und dann gibt es diesen Change Request Punkt. Sagen wir mal, ich bin eine Bank oder ich baue Raumschiffe oder irgend sowas. Dann wäre es eben echt cool, wenn das jemand anders nochmal abnicken muss. Den jemand anders das Abnicken Modus mache ich nicht an. Hier habe ich eingeschaltet Change Requests. Es gibt Self Validation. Ich darf selber abnicken, dass die Änderung gut war. Und dann gibt es noch Self Deployment. Das gibt mir dann erst das Recht, das wirklich auszurollen. Ansonsten liegt das das Abgenick drum, aber da muss immer noch mein Chef oder mein Kollege kommen auf den Okay, mach das jetzt. Knopf drücken. Wenn ich mir vorstelle, ich tue da eine API dran, dann kann es eben auch ein Downtime Kalender Tool sein oder eine andere Abteilung. Das sind auch wirklich komplett getrennte Gruppen im Tool. Aber da ich jetzt alleine bin, darf ich das jetzt freigeben. Hier oben ist jetzt so ein Knopf dazu gekommen, den sieht man fast nicht. CR0. Das heißt, da sind jetzt keine aktiven Change Requests drin. So, ich nehme einfach hier den Upt Package Manager. Das ist irgendein Setting und gehe auf Disable. Jetzt kriege ich hier so einen fetten Dialog. Du möchtest jetzt hier was ausschalten. Kannst du, aber wir haben diese Workflow-Funktion an und das wird auf jeden Fall das passieren, wenn es jemanden freigibt. Okay, jetzt schreibe ich hier bitte, bitte. Also mein Originalbeispiel war Emacs installieren und dann sagt der andere nein. Aber ja, dauert länger. So, jetzt bin ich hier oben drauf gegangen. Das ist das Change Request Menü und hier sieht man jetzt den Status Pending Validation. Also nicht Deployment, sondern Validation. Das, was uns jemand geschickt hat, das muss jetzt erstmal abgenickt werden. Das ist also die Qualitätsprüfung, das Deployment, das ist eher eine Zeitschienensache. Ich will halt vielleicht das Deployment nachts haben. So, ich wähle den mal aus, dann können wir hier kurz gucken. Change History, das ist jetzt nur ein Eintrag. Der Admin hat gesagt, er möchte diese Direktive, so heißt es, das Policy Setting verändern. Na ja, wenn ihr das so kriegt, was sagt ihr dann? Das ist der zweite, das kann auch Standard sein, ja. Ne, ich würde sagen, ja, was will er denn ändern? Dann kann ich hier auf Div gehen, dann kann ich sehen, aha, der will das abschalten. Also, ich meine, das ist jetzt auch nur ein Div auf zwei XML-Bäume, die das im Speicher hält. Technisch gesehen nicht spannend, bloß, es ist hier in der Gui. Ich kann es lesen und es zeigt mir haargenau, was sich hier verändert. Das ist aus meiner Sicht eigentlich wieder eben so, so sollte das sein, das müsste die Minimalanforderung sein. Der Killer-Modus ist, ich kann jetzt hier noch eintragen, es wird auf fünf Quality-Gate-Systeme einmal getestet. Das haben wir nicht, oder also, das ist nicht im Tool drin, da wäre ich dann excited. Aber das hier finde ich, das sollte eigentlich immer so sein, in irgendeiner Form. Genau. So, hier sieht man auch noch, welche Settings sonst da sind. Das heißt, diese Änderung hier von True or False wird auch in den Komplettkontext gesetzt. Das heißt, der Mensch, der das anschaut, ist in der Lage zu beurteilen, ist das okay. Die API, die überspringe ich jetzt, die hat man schon im Endeffekt. Die Change-Request muss ich kurz ausschalten und den hier muss ich canceln, genau. So, die kleinen, sorry, nochmal so. Nee, Quatsch. Quatsch. Change-Requests sind wieder aus. Warum muss ich die ausschalten? Ja, wenn ich doch irgendwas per API mache, die würden auch für die API gelten. Dann hätte ich natürlich jetzt ein Problem. Okay, hier ist meine Shell. Das Letzte, was ich euch zeigen wollte, ist ein Punkt, den habe ich jetzt wahnsinnig dünn gehalten. Ein wichtiges Stückchen von dem Rudder ist Interoperabilität. Sie setzen auf Standards und sie arbeiten auch mit anderen Tools zusammen. Ich hatte ja eben diese ganzen, naja, ich habe es nur ganz kurz gesehen, Gruppen. Die Gruppen, die sind per API abfragbar und was ich jetzt machen kann, ist die als Ansible Inventory hernehmen. Ja, obwohl das Playbook ist jetzt ein bisschen viel. So, minus E Rudder PY dann die Gruppe Test-Clients von mir aus und dann Shell Echo High oder Danke. Und wenn ich jetzt nicht gerade total neben mir stehe, dann müsste das jetzt eigentlich auch laufen. Ja, das ist jetzt doppelt lustig, weil das ganze SSH Setup und dass das alles funktioniert, das ist ja vom Rudder gemacht. das heißt, das macht die Infrastruktur. Und hier habe ich jetzt ein Tool, wo wir bei der Begrifflichkeit immer hin und her gehen zwischen Config Management, wo ich dann quietsche, Orchestration und Deployment. Ich würde mal sagen, das ist jetzt die Deployment-Richtung, weil ich habe nicht mal ein Playbook hergenommen. Die beiden können ganz gut zusammenarbeiten. Es gibt bei Rudder Plugins für Rundeck und für alle möglichen Sachen. Und andersrum, jetzt komplett geskippt, kann ich auch externe Daten in das Radar reinladen. Die landen dann da, wo diese Inventar-Informationen sind und ich kann sagen, okay, der Server gehört Kunde X. Und dann kann ich halt eine automatisch generierte Gruppe haben von allen Systemen von Kunde X, die dort die Benutzer anlegt. Das heißt, es gehen Informationen rein, es gehen Informationen raus und die versuchen immer, dass sie möglichst offen sind. Und ja, also das ist einer von den Punkten, die ich einfach wirklich super finde. So, jetzt müssen wir einmal, die Folien finden. Ja, die werden ja auch noch hochgeladen. So, das lasse ich jetzt so hier mal kurz stehen. Policy richtig designen ging jetzt in der Zeit nicht ganz so schön, wie ich gedacht habe, um das zu zeigen. Durch diese Gruppen, die dynamisch arbeiten, kann ich viel machen und ich kann auch dadurch viel machen, dass so ein CF-Engine, wenn es anläuft, in der Sekunde, so das macht, was andere Tools auch machen, also Puppet Factor, Ohai, M-Collective und so weiter, also sprich, auf was für ein Betriebssystem laufe ich, wie viel CPU ist gerade belegt, bla bla bla. Das kann in die Policy rein. Das heißt für mich, ich kann meine dynamische Gruppe bauen von allen Ubuntu-artigen oder Debian-artigen Systemen, ich kann es aber auch am untersten Ende der Policy reinbauen und sagen, diese paar Schritte im CF-Engine, die sollen nur laufen, wenn ich auf irgendeinem verrückten Linux bin, irgendeine ganz kranke Version. Mit dieser GUI kann eben ein normaler User auch seine Sachen nachvollziehen und habe ich vorher kurz angedeutet, diese GUI, dadurch, dass sie wirklich granulares Zeug anzeigt, gibt auch dem Typen, der von dem Problem betroffen ist, die Macht, dass er dem Entwickler, also meistens dann mir, auf die Schnauze haut und sagt, nee du, ich klicke das hier auf, das steht, das ist kaputt. Da gibt es dann keine Diskussionen mehr oder so. Das ist auch rückwärts abfragbar in dem Tool. Bequem für mich? Naja, ich klicke auf Accept und der Rest wird gemacht, meine ganze Grundconfig ist da. Vielleicht muss ich noch Applikationsconfig machen, aber ich habe aufgehört, an Systemen irgendwie was groß zu gucken, das Einzige, wenn sie mir nicht gehören und ich bin beim Kunden und da ist der Rudder Agent nicht drauf, dann passt meine Shell nicht und dann bin ich allmählich verwirrt. Soweit habe ich inzwischen abgeschaltet und trotzdem kann ich eben super granulare Settings machen, weil ich halt ganz unten das härteste Config Management Tool habe, was es gibt. Das heißt, ich kann alles machen und ja, Reporting, das ziehe ich eben auch ins Logstash raus und gucke es mir an. Also, ich mag es, sagen wir mal so. Ich bin jetzt leise, hat jemand eine Frage? Ja, bitte. Nochmal? Ah, Satellite, ja. Ne, die Frozen Channels waren in HP Server Automation beziehungsweise Opsware. Okay, ja. Ne, dafür haben wir ein paar Parallel hingebaut. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe die Frage nicht gut wiederholt. Die Frage war, ob, oder wie, also, ob rather in irgendeiner Form die Funktionalität, die in Satellite oder HP Server Automation da ist, abbildet, nämlich Repositories zu managen. Nicht nur anzubinden an Rechner, sondern eben auch einfrieren oder mirroren. Das ist nicht da, wir haben zu dem Zweck eine kleine Pulp-Umgebung gebaut, die ist sehr klein, das heißt, wir haben die ganzen Distributed Aspekte von Pulp nicht benutzt, wir haben einen Pulp-Server und wir ersünken. Das hat das Pulp-Setup sehr einfach gemacht. Noch eine Frage? Ja? 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 Ja. Die Frage war, ob es richtig ist, dass Rudder als Frontend unten drunter auf CF-Engine aufbaut. Ja, das ist so. Es ist allerdings eine leicht modifizierte Version, was mir oft gut gefällt, weil die dann auch mal ein Bug womöglich schneller rausmachen. Aber grundsätzlich ist es ja das bewährteste Tool, was es gibt und es skaliert verdammt gut. Also pro Relay binden mir 2000 Nodes an auf eine VM mit zwei Cores und zwei Gigabyte RAM und die macht den Pulp-Anteil noch mit. Die Frage ist, auf welchen Betriebssystemen eigentlich der Rudder-Agent verfügbar ist. Die Regel ist relativ einfach. Alle Open-Source-Systeme sind kostenfrei. Wenn ich ein AIX oder so ranhängen möchte, gibt es einen Agent. Wenn ich ein Solaris ranhängen möchte, gibt es einen Agent. Da möchten sie dann aber Geld sehen. Den habe ich deswegen auch nie ausprobiert. Ansonsten Open-Source-Systeme, alle Standard-Linuxes sind kein Problem. Bei Alpine ist, glaube ich, gerade jetzt wieder keiner dran, es zu supporten, aber das wird noch. Freebase, den mache ich gerade ein bisschen. Es ist aber tatsächlich Aufwand, den Agent zu supportieren. Das kommt davon, dass die die Pfade und alles sehr genau durchstrukturieren. Aber Debian und so, das ist kein Ding. Ja? Die Frage ist, welche Komponenten auf dem Agent oder auf dem Client außer eventuell Perl gebraucht werden. es gibt zwei Varianten von diesem Agent. Es gibt einen Fin-Agent und einen normalen Agent. Der Fin-Agent, der nimmt dann OS-Pakete her, was dann Perl und Fusion Inventory sind. Und die im ID-Code vielleicht noch. Im anderen ist das halt alles zusammengebündelt. Aber es ist letztlich Perl und wenn ich irgendwie mit dem Inventory tricksen würde, bräuchte das auch nicht. Aber es ist aus meiner Sicht schon ein ganz guter Schritt, dass sie zumindest eben auch ein Standard Inventory Produkt benutzt haben. Aber der Fin-Agent ist auf jeden Fall vom Bedarf noch wesentlich geringer. Und genau, man müsste nicht Fusion Inventory nehmen. Jedes Tool, was ein GPLI kompatibles oder OCSNG kompatibles Format erzeugt, ist in Ordnung. Müsste man dann halt rumfrickeln. Für uns war das Perl sehr praktisch, weil das war eh da. Noch eine? Ja, gerne. Ja. Ja. Ach, schön. Mhm. Mhm. Die Frage ist, sagen wir mal, nach dem Stand und der Umsetzbarkeit der Dokumentation von RADA. Ich habe damals in der Woche eigentlich alle Tools, die am Markt irgendwie relevant waren, kurz durchgetestet. Also, das heißt, es ist zeitlich auf jeden Fall machbar, in sehr kurzer Zeit mit dem Tool auf die Füße zu kommen. Und ich hatte hier vorher auch schon was rausgegoogelt zu Demo-Zwecken, aber ich habe es natürlich zugemacht. Ah, nee, passt schon. So, ich habe hier in die Firefox-Suche reingeschrieben, RADA-Server Install Debian. Dann landen wir hier auf dem ersten Treffer, da steht jetzt RADA 3.1. Ich werde auf den 3.2er gehen und das kurz zeigen, dann gehe ich auch noch ein bisschen genau auf die Frage ein, weil die ist sehr wichtig. Nee, muss die all umbauen, warum auch immer. Ja, also ich weiß den Hintergrund, da ist ein neuer Webdesigner oder irgendwas. So, ich kann das prinzipiell copy-pasten, ich muss aber dazu sagen, hier ist ein Upt-Key mit Receive und hinten einen kurzen Key, da müsste man sich, wenn man jetzt wirklich seine Produktion hochzieht, nochmal Mühe machen, den GBG-Key erstmal zu validieren. abgesehen davon, ich richte mir das Debian-Repo, zum Beispiel im Fall Debian ein und dann sage ich Upt-Get-Install RADA oder RADA-Server, also es ist Copy-Paste hier, aber das ist natürlich noch keine Dokumentation. Die Dokumentation ist aber hier auch außenrum und die ist auf jeden Fall ausreichend, um das Tool zum Laufen zu kriegen und auch Agents anzubinden. Ich hatte es auch mal, CFEngine 2, ich habe mir dieses Buch über Automating Unix und Linux System Administration gekauft, es war voll mit coolen Skript- und CFEngine-Tricks, da stand aber nicht, wie ich einen neuen Client anbinde. Und ja, also ich bin da nie drauf gekommen eigentlich, dass ich da das Bootstrappen muss und dass ich die ACLs haben muss, dass der Bootstrappen darf und so. Im RADA habe ich jetzt ein Menü, wo ich das halt in die ACLs auch eintrage einfach. Aber das ist ganz normal bei diesen Tools, dass man teilweise mehr Energie braucht, um das Zeug einfach nur zum Laufen zu kriegen, als für alles andere. Der minimalste Start für RADA ist eine Vagrant-Box, da steht Ende. Die kann ich auch einfach hochfahren, aber es ist auf jeden Fall mit der Anleitung relativ gut machbar. Server Debian Translacentos. Gerne. Okay, dann euch allen vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Okay. Danke.